weiter geht's willkommen bei csr automotive und hier geht es weiter mit unserem mini f56 s elektro projekt so brandy da ist das gute stück was machen wir denn was fehlt denn dem guten eigentlich das komplett paket von uns oder eigentlich alles ja also auf jeden fall wenn man die ausschreibung geben weil die kollegen fragen wie es ausschaut mit felgen da werden wir mal entsprechend uns informieren ich denke mal felgen brauchen auf jeden fall so schickt die elektro zöller hier sind aber ein dicker reifen ist einfach wichtig im zuge dessen fahrberg weil auto ist unglaublich hoch und so tief kriegen wir dann spiel den spoilern wahrscheinlich gar nicht noch ansonsten fangen wir mal hinten an also ich könnte mir vorstellen heck ansatz entweder was zum draufblenden zusätzlich eben noch gefräste heck ansätze so wie wir es kennen die sich dann noch hier so drauf ziehen über den von uns konstruierten heck ansatz ladekantenschutz dem er jetzt frisch im programm haben würde sich jetzt hier letztendlich auch anbieten und den und die ladekanten bzw stoßstange hier zu sichern das auch wieder in unserem schicken schwarz hochglanz generell die schwarz hochglanz geschichten passen glaube ich ganz gut hier in dem bereich flügel wir hatten letztens den gp da ein monster teil da hinten ich denke mal ähnlich natürlich nicht gleich aber so in der art schon ein bisschen was ausladen das hat man 184 ps verträgt schon ein bisschen an das druck auf jeden fall im übrigen weil das ist ein unglaublicher front kratzer durch seine leistung wir versuchen auch hier in dem bereich wieder ein paar verbreiterungen wie es genau ausschaut ob man uns da an den gp anliegen lehnen oder ob man es nur abblenden das müssen wir mal gucken wir haben ja hinten auch ein ptc drinnen dass die funktion soll er bleibt weiterhin bleiben kann ein bisschen schwierig werden müssen wir schauen generell würde ich schauen dass man hier diesen mit drin sagen da diesen dacia kunststoff da ein bisschen abdecken oder genau also jetzt nichts gegen die dacia fahrer um gottes willen aber ich glaube ich weiß jeder was gemeint ist das passt irgendwie nicht so ganz zu dem anderen look gleiche gilt vorne ja und ansonsten haben wir hier sowieso schon eigentlich den den frame hier in dem schwarz hochglanz dann mit dem matten kunststoff da unten schwierig schwierig aber auch aber ist auch schwierig jetzt das abzugreifen schauen wir einfach mal auf jeden fall kappspoiler lippe ob man jetzt hier noch was zu und abblenden werden wir dann letztendlich sehen schweller klar mehr gesagt ja und ansonsten vielleicht fällt uns noch irgendwas witziges ein vielleicht auch so eine kombination aus beiden so wie wir es beim golf gehabt haben beim air golf clubs mal kappspoiler lippe machen und vielleicht noch mal drunter dann eben so matt matten kunststoff damit es sich mit dem hier vielleicht irgendwie wiederholt genau ja so und ansonsten damit das ganze überhaupt funktioniert müssen wir jetzt mal das auto erstmal abscannen bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Brandy, das ging relativ zügig, alle Partien sind gescannt, Verbreiterung, Heckansatz, Ladekantenschutz, Heckflügel, Kapspoiler, Lippe, Seitenschweller und dann haben wir noch vorne so eine kleine Finne um das S-Logo rum, die wir uns vorstellen können zu konstruieren. Jetzt gehen die Sachen zu den Designern und Konstrukteuren und was dann dabei herauskommt, seht ihr im nächsten Teil. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir freuen uns über ein Like und abonniert den Kanal, damit ihr den nächsten Teil nicht verpasst, wie es weitergeht mit dem Tuning-Projekt Cooper SE. Ciao, bis demnächst!